Musik Unsere Welt wird immer verwüsteter. Es gibt immer mehr Landstriche, in denen Wasser fehlt, in denen nichts mehr wächst, in denen alles verdorrt. Wir wissen, dass sich nichts so schnell ausdehnt wie unsere Wüsten. Aber es gibt noch eine andere Verwüstung. Das ist die Verwüstung unserer Seelen. Und ich glaube, dass die wunderbaren Werte, die wir in Europa haben, nämlich besonders natürlich die Musik, Theater genauso, herrliche Malerei, aber Musik ist nun mal mein Thema, dass das etwas Tolles ist gegen die Verwüstung der Seelen, gegen die Zerstörung. Und wir erleben im Moment so unglaublich viel akustische Umweltverschmutzung. Wir dürfen ja nirgendwo mehr irgendwie mal in Stille verharren, sondern immer werden wir manipuliert. Durch irgendwelche Töne, die unser Kaufverhalten verbessern sollen oder irgendetwas anderes. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Werte der klassischen Musik erhalten. Und besonders hier, wo so viel Krieg gewesen ist und immer noch so viel Barbarei bis in jüngste Zeit stattgefunden hat. Ich spreche von IS, ich spreche von Gaza, ich spreche von dem vielen Unglück, was hier auch passiert ist, von den Terrorakten. Deswegen ist es immer wichtiger, dass wir etwas haben, an das wir uns halten können. Klassische Musik ist da natürlich die beste Medizin. Und Beethoven ist überhaupt der größte von allen. Wir brauchen keine Antidepressiva, wir brauchen keinen Kaffee eigentlich, wir brauchen nur Beethoven und wir haben eine ewige Hoffnung. Und das ist das Wichtige, was uns im Leben bleiben kann.